Liebe Zuschauer von KTV, unser Highlight für Sie ab Dienstag, den 24. Mai. Super Buch! Die Kinderbibelserie zeigt leicht verständlich Episoden aus der Heiligen Schrift und bringt sie so unseren Kindern und auch uns nahe. In dieser Woche für Sie unter anderem die Folgen Paulus und Silas Salomos Tempel Jesus heilt die Blinden sowie Joshua und Kaleb Dienstag bis Freitag um 16 Uhr auf KTV Schalten Sie ein, wir freuen uns auf Sie!